Brasilien wohl ohne Verletzten Fred gegen Österreich Der Manchester United-Neuzugang verpasste das Abschlusstraining. Renato Augusto und auch Neymar trainierten in Wien. Manchester United-Neuzugang Fred hat das Abschlusstraining des brasilianischen Fußball-Nationalthems am Samstagnachmittag in Wien nicht mitgemacht und dürfte damit für das Länderspiel am Sonntag, 16.00 Uhr-Live-ORF1, gegen Österreich ausfallen. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wird sich laut brasilianischen Medien stattdessen in Wien einer Untersuchung an seinem verletzten Knöchel unterziehen. Fred hatte sich die Verletzung am Donnerstag im Training in London bei einem Full-Seines-Nationaltham-Kollegen Kassi Mero zugezogen. Erst zwei Tage davor war für Koll portierte 60 Millionen. Euro-Ablöse seien Transfer von Schachter-Donetsk zu manches der United fixiert worden. Im Gegensatz zu Fred kehrte Renato Augusto bei den Brasilianern ins Mannschafts-Training zurück. Der Einsatz des Mittelfeld-Routiniers gegen Österreich ist wegen dessen Knieproblemen allerdings fraglich. Substar Neuma stand im Ernst-Happels-Stadion auf dem Trainingsplatz. Der Angreifer von Paris Saint-Germain wurde von der britischen Boulevard-Zeitung Sun am Samstag mit einem 350-Millionen-Euro-Angebot von Real Madrid in Verbindung gebracht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017